Musik Jo, liebe Speed Traveller da draußen, ich bin im 52. Land angekommen, in Bulgarien und stehe in Sofia. Als allererstes brauche ich jetzt aber mal einen gepflegten bulgarischen Haarschnitt, den hole ich mir und ihr guckt euch in der Zwischenzeit der daheim gebliebene Chris an. Das ist eine neue Rubrik, um ein bisschen mehr Fakten zu schaffen bei den Reisevideos. Viel Spaß. Jo, danke reisender Chris. Ein paar Fakten über Bulgarien. Die Flagge, die schaut so aus und selbst die Bulgarien kennen die Bedeutung der Fahne nicht so genau. Akzeptiert ist aber die Auffassung, dass Weiss für Liebe, Frieden, Spiritualität und Freiheit steht, Grün für den jungen Staat und die Natur, Rot für die Tapferkeit und für das Blut derjenigen, die für das Land gestorben sind. Sie verwenden den bulgarischen Lev, den Stecker Typ F und den Euro Stecker C, was bedeutet, dass Deutsche und Österreicher keinen Reisestecker benötigen. Schweizer können aber ihr Smartphone laden, brauchen für ihren dreipoligen mobilen Heizradiator einen Reiseadapter. Bulgarien liegt im Südosten von Europa und ist Teil der Europäischen Union und der NATO. Es grenzt an das Schwarze Meer, Rumänien, Serbien, Mazedonien und Griechenland, so wie an die Türkei. Die Hauptstadt ist Sofia und einer der wichtigsten Landesteile ist die Küste zum Schwarzen Meer, da diese touristisch sehr gut besucht ist. Die berühmtesten und meistbesuchten Orte sind Barna und Burgas mit ihren goldfarbenen Stränden. Das Land kann geografisch in zwei Regionen unterteilt werden. Der bergige Westen mit dem Balkan, Rila und dem Rodopen-Gebirge, der flache Osten mit dem Donautal. Bulgarier sind stolz auf ihren Joghurt. Nun, viele Nationen und Kulturen stellen großartigen Joghurt her, aber Bulgaren finden ihr Milcherzeugnis besser als jedes andere. In Bulgarien nennen 32 von 37 Fledermausarten, die es in Europa gibt, ihr Zuhause. Grund dafür sind die vielen Höhlen. Rund 4.500 sind kartografisch erfasst. Bulgaren sind sehr stolz auf ihre riesige Rosenproduktion, welche rund 70% der Rosenöle weltweit ausmachen. Und nun zurück zum Reisenden Chris. Ja, danke deinem gebliebener Chris. Ihr müsst wissen, das Ganze ist ein bisschen steif rübergekommen, weil er hat zum allerersten Mal von einem Teleprompter abgelesen. Das macht der reisende Chris ein bisschen besser, nicht wahr? Ich habe mittlerweile einen bulgarischen Haarschnitt und somit kann es ja auch losgehen. Beim aktuellen Balkantrip starten wir wie immer in München, fliegen nach Sofia, da wo jetzt gerade der reisende Chris steht. Wir machen einen Abstecher über Mazedonien in die Hauptstadt Skopje, gehen weiter in den Kosovo nach Pristina und fahren dann durch Serbien, um dann in Belgrad anzukommen und wieder nach Hause zu fliegen. Das ist unser kleiner Balkantrip. Wer mitgerechnet hat, weiß, dass wir mittlerweile bei 51 Ländern sind. Am Ende dieser Reise werden wir vier weitere Länder hinzugewonnen haben und sind somit bei 55 Ländern angelangt. So schaut es aus, das ist unsere Route für die nächsten zehn Tage und was Sofia, die Hauptstadt von Bulgarien, sonst noch so zu bieten hat, gucken wir uns jetzt an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, das war es auch schon wieder vom 52. Land Bulgarien hier in Sofia. Ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Skopje, Mazedonien mit dem Bus, fünf Stunden Fahrt. Ihr könnt derweil noch einen Kommentar hinterlassen, sagt mir, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht. Einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es gefallen hat oder auch nicht. Und abonniert auch unbedingt den Kanal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020